ja liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play gta 5 wir sind hier stehen geblieben bei der auswahl der crew für das ding in palito bay in der letzten folge haben wir uns ein bisschen ausspioniert haben getestet wie lange brauchen die cops wie sieht das mit dem alarm aus und 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 ja jetzt gehen wir rein in die wälder methode beziehungsweise erstmal die wahl der crew wir brauchen einen schützen zum aneuern ja das machen ja ist gut trevor gut dann immer gustavo morot da ja ja lecker bestanden weil wir singen palito okay dann hätte ich auch die folge weiter machen können na gut so haben wir noch etwas mit der mission nein wir müssen jetzt mal aus dem haus hier raus ist der bude kann man ja durch ja weil ich will eigentlich tatsächlich ja herr war ja kämmer den bereich ja so jetzt gibt's dem letzten rest der und ihr brüder an den kragen das ist der nächste teil des jobs ich brauche vor allem ein auto das geht aber wir gehen dahin haben jetzt mal hin ja dann immer noch die maschine hier ist hier unsere ach sieht ja das ist noch mit der naja gut mal dazu mal dazu mal dazu Da haben wir noch irgendwas. Ah, wohl. Das lassen wir jetzt sein. Das Ding da oben ist jetzt gerade wichtiger. Das Ding da oben ist. Das Ding da oben ist. Wenn du das Ding da oben bist, kannst du mir einen Ring? Sagst du deine Mutter auch. Und Tracy. Bitte, son. Mein Vater hat ein schlechtes Junge. Bitte, son. Du willst einen Tee? Was ist mit dir passiert? Oh. Wie ich sehe, dieses Land wurde gebaut durch und für Gasoline. So, I'm just trying to prove my patriotic duty by, you know, doing this stuff. Oh, man. It's cheap. But it's good. Gasolina? No. Wow. Sorry, Mrs. M. Jesus. Der hat gerade gerade ein Gefinde hat Spritze zu laufen. Oh, shit, I'm sorry, I don't have any low car. Oh, fuck you. Where did you two go? Oh, when you went out, you and your boyfriend. Why do you care? I don't care. Just trying to conversate. Well, I was out putting some people in their place. Ah, you know, there's more to this gig than just going crazy all the time. Killing everyone in sight. Just because I like the life and you feel guilty about it doesn't make you more of a man than me. And you know what? Deep down, I know you believe the bullshit. The picket fences, the fucking happy endings. And you're a street philosopher bullshit. That's gotten you real far. Oh, yeah. You've achieved perfect balance. Balance? You gone? Man, 10 years in the sun? Your brain is melted. You say words that have no meaning. What is balance, huh? Huh? That I fucking chill all the night on the weekends. So Monday, Wednesdays and Fridays, I'm doing yoga and meditation. Tuesdays and Thursdays, hookers and sticking up joints, huh? You call me mad? I compared to you, I'm the sanest motherfucker I know. Oh, yeah, sane, 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 sane. I am so fucking sane that I should open a fucking mental health clinic. Okay. Yeah. Yeah, fuck, now you're going to stop being an asshole? I don't know. But I'll try. Well, that, I like your honesty on it. I spoke to Franklin. Why? Unlike you, he hears that his homies having trouble, right? And he has no problem coming to help. So you're ensuring that we lie low out here by calling L.S. and inviting a known accomplice of ours to come out here, what, for a little visit? That is so fucking typical of you. So typical. You don't even ask about the trouble. You instantly think about yourself. You're right. I did do that. Apologize. It's not good enough. I'm leaving. You might die. Hope you're happy. Hey, I'm coming with you. No. Yes, I am. I don't know how to get out of this fucking dump. You're not going. Have fun, boss. Don't stay out too late. Und du machst heute gar nichts mehr, Kollege. So. Begib dich zu. Alter, wie weit ist denn der Weg? Frankins Aufenthaltsort. Acht Kilometer. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Ah, da oben. Okay. Ah, okay. Wir müssen das gar nicht fahren. Das ist gut. Wir springen nämlich rüber mal zu Franklin. Oh, nein. Fuck'em up. So soon as Trevor get here. Hey, man. Me and Chop on these punks. We're coming up to WH. North of Chumannas. All right. All right. The O'Neill brothers are coming to us. I think they was about to send one of them anti-tank rockers into your Vespucci Gondo. Well, one of your roomies told them that you was gone. Okay, so if you're on the WH, that means you'll be coming through Ratton Canyon, right? Shit, I guess. Good. Me and MT are gonna take the Company Chopper and meet you there. Company Chopper? Yes, Michael. It's a tax write-off. Frank, you still there? Yeah, I'm just about holding on to the road. We're taking the Chopper and we'll head you off. Deal with these business stealing pricks on the road. Hey, dog. Can you like get on it? Because these dudes are roading home. We're five minutes out from the Chopper. All right. Ah, I can't get on it yet. Oh, nein. Ah, gut. That's the same as I got. Ah, nein. That's what I got. That's what I got. When I got there, I got to fly. So, and I'm going to get on it again from here. Let's see if I'm going to get on it. Let's see if I'm going to get on it. Nein, nicht wirklich. Oh, meine Güte. Let's see if I'm going to get on it. Oh, ja, ist ja gut. Und das war's. Mann, ich bin auch immer wieder so völlig vollidioten. Scheiß NPCs, ey. Scheiß NPCs, ey. Ja, die kriege ich da hinweg. Das haben wir ja schon gehört, das Gespräch. Das ist ein bisschen langsamer Fahrt. Oh, Mann, das war mir klar. Oh, Mann, das war's. Oh, Mann, das war's. Oh, Mann. So, jetzt wird's halt die Typen wahrscheinlich suchen. So, da müssen wir uns jetzt tatsächlich mit dem Helia bisschen rumschlagen. Das kennen wir ja von der Mission, von der Mission mit dem, äh, mit dem C-Type. Aber gib dich zum Flugplatz. So, Abflug. Begib dich zum Wald. Oh, Mann. 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 Da sind wir. Das sind neue Rehe. Und tschüss. So, das sind irgendwelche Rehe. Da könnte noch was sein. Hä? Da ja nicht. Das ist immer noch ein Reh. Immer. Da ist was. Dann war der Einleiter tatsächlich richtig. Oh oh. Oh oh. Gut, da gehen wir ihn jetzt zu Fuß jagen. Voll get sharp. Das sind dann. Da oben. So. so will finkern und shoppen werten kenyon So, gelandet. Oh, Job vergessen. Na komm, Uni. So, begibt sich zurück zum Flugplatz. Das machen wir auch noch. Und jetzt hoffen wir, dass wir jetzt sicher... Oh, ja. Du kannst eine Rennwein, aber du kannst nicht afforden zu gehen. So, wie geht's euch? Na, wir leben. Hey, gut geht's da. Ich bin derjenige, der mir hilft. Danke, Franklitz. Ja, cool, Homme. Und danke, Chop. Hey! Hey! Are you gonna tell us exactly what we were helping with? I know you said these guys stole some business, but that doesn't really explain why they wanted you dead. Oh! Didn't I say what happened after they stole the contract? Nope. You didn't. I went to their farm, and I killed a lot of them, and then I blew it up. Killed a lot of them? Yes! I think that was Elwood, Walton, and Wynn, who we killed just then. I killed Ernie, Earl, Dale, Doyle, Daryl, Dalton, Dawn, and a few other guys when I blew up the farm. So, maybe this is kind of revenge thing. I don't know. Let's not forget that I'm the wrong party here. Yeah. You are definitely the wrong party. Oh, for sure. Well, let me go. It's just an emergency. Let me go. Let me go. Let me go. Let me go. da natürlich steht auch direkt das auto von franklin das ist ja ja mal dazu abgenommen hat im jeep gut raubt hier ja wir haben zweimal halt verkackt ja ein kopfschutz einmal gemacht gut egal gut damit jetzt aber feiern wir sehen uns in der nächsten folge wieder bei let's play GTA und dann gucken wir uns mal um haben wir überhaupt irgendwas außer ich glaube ich habe gerade nichts außer die fremden und fliegt den gerne ich hoffe dass er tatsächlich jetzt immer noch bekommen dass er jetzt nichts angreifen kann ich habe alle vorbereitungen für den paletten kuh getroffen und sind heute mit der stadt euch den konvoi sobald es geht der ist bei h und hs ist da unten irgendwo das ist gut dann gehen wir da hin dann leute sagen wir jetzt feierabend wir sehen uns in der nächsten folge wieder bei der let's play GTA 5 und dann schnappen wir uns den konvoi würde ich sagen dann können wir dann vielleicht sogar schon in der nächsten folge den überfall angehen ich weiß nicht ob man tatsächlich komplett in einen rutsch bekommen ich würde wahrscheinlich sagen den konvoi holen und dann gucken wir mal was die doch die zeit sagt und vielleicht machen wir noch ein ding würde ich sagen mit franklin mit äh beverly und dann machen wir feierabend gut wir sehen uns wieder auf jeden fall der nächsten folge bis dann und tschüss h imos und